Nutzfahrzeuge und Traktoren werden jeden Tag an ihre Grenzen gebracht, bei langen Einsätzen und unter extremen Wetterbedingungen. Für die Effizienz und Verlässlichkeit spielt die Wahl von Kraft und Schmierstoffen für Ihr Equipment eine große Rolle und damit auch für Ihr Unternehmensergebnis. Shell hat es sich gemeinsam mit der DLG zum Ziel gesetzt, die Vorteile von Shells fortschrittlichsten Kraft- und Schmierstoffen für Schwerlast-Einsätze zu zeigen. Nach mehr als vier Monaten und fast 600 Stunden unter Praxisbedingungen war das Ergebnis eindeutig. Durch die Kombination beider Produkte wird eine Senkung der Gesamtbetriebskosten einer Flotte erreicht. Die DLG testet die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Traktoren mit dem DLG PowerMix Testverfahren. Die weltweit führenden Hersteller nutzen das, um die Qualität und Leistungsfähigkeit ihrer Maschinen zu testen. Der Testrahmen und die Parameter wurden von einer unabhängigen Expertenkommission festgelegt, an die sich die DLG-Testingenieure strikt halten müssen. Gemeinsam mit Shell hat die DLG ein Testprogramm entwickelt, das eine Serie von PowerMix-Tests kombiniert, um die Qualität von Kraft- und Schmierstoffen zu testen. We want to demonstrate product performance and benefits in real-world conditions. We're testing our latest Dynaflex technology that we use in our Shell Fuse-Safe Diesel and Diesel Extra. And we're comparing that against the standard diesels. And over time, the injectors get dirty. So the Dynaflex technology cleans the injectors by removing those deposits. Additionally, we've included our premium lubricants, Shell Rimilla, into our test. Unsere Testergebnisse bestätigen neutral und unabhängig, dass die Premium-Produkte von Shell einen messbaren Mehrwert gegenüber den Standardprodukten haben. Nach 50 Betriebsstunden mit hochwertigem Shell-Kraftstoff waren die Einspritzdüsen zu 100% frei von Kohlenstoffablagerungen. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Fehlzeiten und Wartungskosten zu senken. Der Test ergab 2,7% Kraftstoffeinsparungen, was am Ende zu geringeren Kraftstoff- und Betriebskosten führt. Die Traktoren verfügten außerdem über 5,6% mehr Zugkraft. So ist auf das Equipment Verlass, wenn es darauf ankommt. Die Kombination aus Premium-Kraft- und Schmierstoffen ergab eine Effizienzsteigerung für Traktoren um 2,83 Hektar. Die Resultate haben confirmiert, dass unsere modernen Kohlenstoffeinsparungen reduzieren den totalen Kost. Die Zusammenarbeit mit Shell im Projekt war sehr konstruktiv. Die Herausforderungen, die naturgemäß zu einem komplexen Projekt auftraten, konnten gemeinsam sehr gut gelöst werden. Testen und demonstraten sind sehr wichtig für Shell, weil wir wollen, dass unser Produkt zu zeigen, dass die Vorteile zu unseren Kunden. Tauern ist. Tauern ist. Tauern ist. Tauern ist. DLG PowerMix – der Platin-Standard für Traktoren und Betriebsmitteltests.